Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in den letzten 15 Jahren hat man so massiv gegen die Scheininvaliden gehetzt, dass viele Leute nur noch an das denken, wenn von der IV oder von Behinderten gesprochen wird. Darum können Politiker jetzt auch jeden Rentenabbau und jeden Abbau der Rechte von behinderten Menschen ohne Probleme durchbringen. Der Hass und die Verachtung gegen die Behinderten geht der Fang so weit, dass Rollstuhlfahrer im Zug zum Teil abhöbeln und angegriffen werden, wie sie mehr Platz verbrauchen als der Fussgänger. Als ich meinem sichtbar gehbehinderten Kollegen mal in der Business School Stegedurabkurve habe, wurden sie mir sogar von einem KV-Lehrling angespuckt. Es ist höchste Zeit, dass sich Behinderte und ihre Angehörigen und Freunde endlich anfangen zu wehren. Am 30. Oktober 2010 gibt es auf dem Bundesplatz in Bern unter dem Titel Zusammenstehen eine Demo gegen den Abbau der IV. Für mich geht es bei dieser Demo aber um viel mehr als nur um den IV-Abbau. Es ist nämlich auch eine Gelegenheit, um allen Leuten, die meinen, sie seien etwas Besseres klarzumachen, dass wir keine Bürger zweiter Klasse sind und uns auch nicht mehr so behandeln lassen. Darum bitte ich euch, tue auch etwas, damit die Demo ein Erfolg wird. Auch wenn ihr selber an diesem Tag keine Zeit habt, könnt ihr ja euren Bekannten davon erzählen oder über Facebook oder E-Mail ein paar Einladungen verschicken oder irgend so etwas. Ich bin mir sicher, jedem fällt etwas ein, was er oder sie tun kann. Merci. Danke. 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 Danke.